Okay. Und was bedeutet die oder welche Bewegung ist das? Kaum Bewegung. Kaum Bewegung. Sehr richtig. Diese Runde ist sehr richtig. Weil das Schlagen, man lässt sich denken, so funktioniert nichts. Das muss drehen. Und unten. Das kann man flizibel bewegen. Flizibel. Das kann man so machen. Das kann man so machen. Bei dieser Kampftechnik, wir sagen, dass alle flizibel. Nicht wegen einer Bewegung. Das kann auch viel bedeuten. Okay. Chili. Shao Yin. Das kann, dass ein Tr JSON ist. In. Aub zum. pasar. Meu Hilfe ist draußen. Ab. So. 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 Tick! Tick! Tick!